Der Forscher kann man es jetzt auch schon beschädigt, Alter. Oha, ja gut, okay, der hat jetzt schon einiges hinter sich, ne? Mh, hat schon einige Zombies gekostet. Ja, echt so. Oder einige Zombies haben schon ihn gekostet. Ja. So. Oh, schisch, ey. Schisch, schisch, ey. Mhm. So, ein Dreckswetter wieder. Ja, das war nur ganz leicht. Ja, und dann hat es wieder auf, dann fängt es wieder an. Okay, wir waren da in der Feuerwache, das heißt, wir sind jetzt in dem Haus hier. Ah, das ist die Feuerwache da so eben, oder? Ja. Der, what the fuck, Alter? Ach, du liegst hier auf dem Boden, Alter. Ich dachte, ganz schön, so eine Leiche. Also, das, 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 das Militärgebiet jetzt, ne? Mhm. Hast du jetzt ungefähr am Kopf die Größe? Mhm. Und das R-Field oben ist... Pfff. Lass es zehnmal so groß sein. Boah, vielleicht 15 Mal. Wir müssen da hin. Riesiges Gebiet, Mann. Riesiges Gebiet, Mann. Nach oben. Ja. Jetzt laufen wir nur wieder Richtung Süden. Oh, Junge, mein Rucksack geht kaputt. Echt? Das beschädigt. Scheiße. Lecker Hühne-Steak reinmarschiert. Lecker Hühne-Steak reinmarschiert. Was höre ich da? Hast du es gerade gehört? Ich hab doch gerade irgendwas gehört, ey. Ja. Hat's gemacht. Mhm. Wie so ein Motor oder so. Ja. Jetzt können wir hier wieder ewig warten, dass es aufgehört hat zu pissen, ey. It hat aufgehört, endlich. Ganz kurz. Oh. So. Jetzt können wir gehen. Stopp. Shh. Da ist ein Spieler. Echt? In dem Haus drin ist jemand gelaufen. Waffe ist gezückt. Ich hab ein Zombie. Ja, ich glaub, der Spieler hat ihn getriggert. Echt? Nee, Digger. Oh, da stand Zombie in dem Haus. Wo bist du denn, Alter? Ich lauf in das Haus rum. Ich auch. Der Zombie ist da drin. Bist du reingegangen? Ja. Ich glaub, der ist im oberen Stock. Okay. Okay, gut, dann lassen wir das einfach. Weil ich hab die Schritte im Haus gehört, ganz langsam. Deswegen hab ich gedacht, da wär jemand. Aber es ist nur der Zombie da drin. Ach, da oben auf dem Dach, Alter. Na, what the fuck, Alter. Wie kommt der da hoch? Digga, es pisst schon wieder. Komm rein. Oh, fuck. Was ist mit diesem Dreckswetter los, Alter? Ohne Witz. Ja, mach doch zu, Alter. Ja, mach doch zu, der Typ, Alter. Ich drücke siebenmal F, der macht gar nix. Töte ihn. Warum soll ich den töten? Damit jeder hört, dass wir... Jeansrock. Ich hab nur noch... Ich kann mich mit dem Verband nur noch einmal verbinden. Ui. Aber grad den Jeansrock zum Beispiel können wir zerschneiden und Stofffetzen herstellen. Dann tu das. Ja. Ich glaub, der ist nämlich makellos. Und es pisst schon wieder wie Sau. So, da kamen jetzt nämlich auch zwei makellose Stofffetzen raus. Da können wir uns nämlich schön verbinden immer. Sehr gut. Ui, wo sind meine Handschuhe? Nein. Die liegen jetzt in der anderen Bude. Weil ich diese Kack-Handdinger angezogen hab. Oh Gott, du musst nochmal zurückgehen oder was? Naja, ich hol die kurz. Scheiße, die Papier. Du hast keine Handschuhe, dann zieh du die doch an. Ja, dann geh mal her. Ja, die liegen da. Improvisierter Schutz für die Hände. Geil. Da sind sie. So. Also ich hab jetzt nicht mal mehr ein Viertel meiner Ausdauer. Eieiei, das ist ja echt scheiße. Ja. So, da rennst du halt nicht weit. Ja, ich hab halt so viel Langwaffen. Ich hab ja zwei Langwaffen dabei, Mann. Äh, je mehr du beide trägst, desto schwieriger wird's halt. So, ich bin wieder da. Okay. Weißt du, so ein Gewehr, also so ein Magazin ist halt 0,25 Kilo, aber die scheiß Schrotflinte hat halt 3 Kilo, Alter. Äh, ja. Leg das doch weg. Danke, Alter. Ah, der Regensimulator, herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim Regensimulator. Alter, hab ich mir grad eingeschissen. Was? Dass du da stehst. Hä? Ich stell die ganze Zeit. Äh. Das hab ich, da hab ich dich auch nicht mehr im Blickfeld gehabt. Im Prinzip, es ist jetzt viertel acht morgens erst, also wir haben genug Zeit heute noch. Hm, okay. Ah, ich seh da hinten nämlich die Sonne aufgehen. Genau, da ein bisschen Sonne, was da ist. Hm. Jetzt komm mal her und zeig dich mal. Schön siehst du aus. Danke. Bitte. Freut mich. Ah. Drei Schüsse. Nicht so gut. Oh. Wieder einer. Und noch mal einer. Und noch einer. 45er ACP hab ich aber keine mehr, oder? Du hast auch keine 45 ACP. Du hast Munition, oder? Naja. Ich glaube nicht. Ich habe nur... 919 Munition. Für die P1. Ja, die ich dir gegeben hab. Hm. Das hab ich nix. So, dann mach ich das Mac wieder hier rein, oder? Ich bin gebrochen. Also, die Sonne kommt raus. Mehr und mehr. Das heißt, es könnte gleich mal endlich aufhören. Hoffentlich. Komm, sag ich, das hört so gut wie auf. Oh, Mann. Sniesel bloß noch. Huh. Alter. Was denn? Mach dir nicht ins Hemd. Ich ess nur was. Mach dir nicht ins Hemd. Ich schieß nur mit ner leeren Waffe rum. Meine Fresse. Mach dir nicht ins Hemd. Ich zieh bloß mit ner vollgeladenen Schrotflint auf dein Gesicht. Alter, wenn du jetzt abdrückst, dann aber nach der Decke. Jo, Digger. Lass das, Alter. Du hast gerade irgendwie der Putz von ner Decke gefallen. Was, wenn ich mich bewegt hätte, dann wär ich jetzt tot. Ne, weil ich in die Decke geschossen hab. Dann hättest du ganz schön hochspringen müssen. Das hätt nicht gereicht. Wie das aussieht, wenn die so springen. Ja, weil die halt schwer sind. Ich glaube, wenn du alles ablegst, schwingt der safe höher. Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja, das fängt wieder richtig an, gerade. Ach, ey. Halleluja. Ja, it's raining man. Ey, so ein Steak, da wusstest du ja nicht. Ey, da bist du ja nicht fertig. Ah, ja, da brauchst du den Tag. So ein Rinder-Steak ist schon krass. Ich hab gerade eben auch gemerkt. Ach, Mann, Alter. Kannst du nicht mal aufhören. Für fünf Minuten wenigstens. Hat's doch vorher. Das waren ja vielleicht fünf Minuten. Komm schon, Sonne. Komm raus. Der lobelte Zombie durch uns in den Garten. Vertreib die Wolken, Mann. Komm schon, Wettergott. Ja, komm, komm, es hört gerade auf. Es ist vorbei. Geil, ich komme. Okay, jetzt komm, Vollspeed. Let's go. Da ist ein weißer Zombie. Ja. Razzin um. Das ist krank, Schwester. Bam. Die Sound-Effekte kommen auch vom Spiel selber. Brauchst du nicht machen. Oh, die hat noch so ein Blutding dabei. Und die nicht. Na, nee. Ist das das Krankenhaus hier? Ich glaub nicht. Nee, ist es nicht. Ah, da hinten ist es. Okay, nix dabei. Da ist das Krankenhaus. Das blaue. Hm, okay. Dominik. Guck mal, der Turm da oben. Jo, was ist das denn, Alter? Da müssen wir mal hin. Oh, das ist ein Militärsperrgebiet. Green Mountain. Echt? Lass da hochgehen. Ja. Genug Essen und so, Hammer. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ja, ja, wir gehen da rein und dann gehen wir als nächstes da hoch. Schrotze ist gezogen. ABC-Stiefel. Nicht. Sieht nicht danach aus. Oh, ein IV-Set. Intravenöse Flüssigkeiten zur Verabreichtung. Draußen war grad noch ein Zombie. Ja. Glaub, der kommt. Also ich hab jetzt zwei von den Blutabnahmesets. Sehr gut. Und zwei von den IV-Sets. Warum denn die ABC-Stiefel? Hast du die grad mitgenommen? Nein. Die liegen noch hier. Wo? Der. Wo wir reingekommen sind. Ach, hier sind wir reingekommen. Hi. Oh! Du musst nicht schießen, Alter. Digga! Mann, das Spiel verwirrt mich manchmal so dumm. Ich hab ganz genau, ganz normal auf eins gedrückt, weißt du? Ja. Aber er hat nicht gewechselt. Ein Dosenöffner. Geil. Mitnehmen? Krieg ich unter, hab ich. Nimm mit. Nimm mit. Ey, Mann. Ich hab ganz normal auf eins gewechselt. Und er macht's halt nicht. Und dann zieh ich natürlich mit der... Ja, klar. Mann. Okay, also. Toll, jetzt hab ich nur noch einen Schuss in dem Ding. Ab geht's. Bevor's pisst. Ab zu dem Militärdings. Zu dem Turm. Militärsperrgebiet. Ja. Das kann jetzt auch echt komplett nach hinten losgehen. Also auf der Map ist es auch eine Hazard Zone. Also eine Zombie-Zone. Oha, okay. Guck mal, ob's da abgeht. Let's go. Warte, ich guck mal kurz, was da der Loot sagt. Loot sagt einmal Prison. Da oben. Ach, das ist ein Gefängnis. Ah, okay. Prison, dann haben wir Baracken. Militärbaracken. Da kannst du Zeug haben. Und ein Guard-Haus. Also ein Wachhaus. Die drei Sachen hat's, wo es Spawn-Sachen haben könnte. Also, dann gehen wir da hoch. Ja, genau. Tun wir das. Oh, oh. Hm. Bitrate im Stream ist gerade auf 0 die Sekunde. Oh, ich scheiße. Das ist nicht gut. Oh, ich scheiße. Das ist nicht gut. Oh, ich scheiße. Oh, ich scheiße. Oh, ich scheiße.